Ich bin gebeten worden, Impulse für die folgende Diskussion zu setzen. Ich habe Ihnen und Euch also keinen geschlossenen Vortrag mitgebracht. Sie sehen gleich, was ich Ihnen kurz in ungefähr 25 Minuten darstellen will. Meine Fragestellung ist, sind Cannabis-Abgabemodelle mit Jugendschutz und Suchtprävention möglich? Natürlich, ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass ich diese Frage bejahen würde, aber es kommt darauf an, wie man das macht. Und das wird auch Aufgabe, denke ich, der Praxis und der Forschung und der Hilfe und der Politik sein, das in den nächsten Jahren zu diskutieren. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, welche Chancen die Regulierung mit sich bringt, wollte ich Ihnen nochmal Ergebnisse aus einer Befragung, die mein Kollege Hermann Schlömer und ich vor fünf Jahren bei Fachkräften der Suchtprävention in NRW durchgeführt haben, nochmal mich darauf beziehen, wie von den Fachkräften sozusagen auch das Cannabis-Verbot hinsichtlich negativer Konsequenzen auf die Prävention eingeschätzt wird. Also auch darüber müssen wir ja auch sprechen, inwieweit überhaupt das Cannabis-Verbot mit dem Jugendschutz vereinbar ist. Und wir haben damals 110 Fachkräfte der Suchtprävention in NRW befragt. Wir hatten einen Riesenrücklauf von 94 und wir haben dann die Vor- und Nachteile des Cannabis-Verbotes abgefragt. Und eine deutliche Mehrheit der Befragten hat eher die Nachteile betont. Also Sie sehen hier in der ersten Zeile haben wir gefragt, ob es zutrifft oder nicht zutrifft, dass durch das Cannabis-Verbot nicht glaubwürdig über Alkohol und Cannabis im Vergleich gesprochen werden kann. Das haben damals 70 Prozent bejagt. Zwei Drittel haben gesagt, durch das Cannabis-Verbot ist es erschwert, Cannabiskonsumierende zu erreichen. Zwei Drittel hat gesagt, dass das Verbot nicht richtig begründet werden kann. Und Sie sehen die anderen Ergebnisse hier. Also auch in der Vergangenheit war das einfach aus Sicht der Praxis ein Problem, das Cannabis-Verbot mit den Ansprüchen an Jugendschutz in Einklang zu bringen. Ich schätze, wenn wir in Berlin diese Umfrage gemacht haben, wären die Ergebnisse nicht wesentlich anders ausgefallen. Und Sie haben dann auch die Fachkräfte gefragt, was Sie sich, das war im 2017, also noch weit vor dem Koalitionsvertrag, das war nicht ansatzweise absehbar damals, nach unterschiedlichen Modellen, die Sie präferiert haben. Und dann sehen Sie hier, dass 60, also sechs von zehn der Befragten, schon vor fünf Jahren gesagt haben, dass sie aus präventiven Gesichtspunkten eine regulierte Abgabe an Erwachsene befürworten. Das wollte ich einfach noch mal als Einstieg sagen, dass wir, wenn wir über die Vorteile, Chancen und auch Grenzen des Jugendschutzes im Zusammenhang mit einer regulierten Abgabe sprechen, auch nicht vergessen dürfen, welche Schwierigkeiten. Und ich denke, das sind ja hier Fachkräfte, die seit Jahren an der Praxis sind, in Schulen und in anderen Settings, welche Probleme auch das Cannabis-Verbot mitbringt. Ich habe Ihnen vier beziehungsweise fünf kurze Inputs mitgebracht. Ich wollte gleich insgesamt mal, ich bin ja auch nicht nur Glücksspiel- oder Suchtpräventionsforscher, sondern auch Politikwissenschaftler und wollte Ihnen gleich überhaupt mal was zum Koalitionsvertrag sagen und zur Umsetzung. Dann habe ich einige ganz prinzipielle Überlegungen zur Cannabis-Prävention mitgebracht. Wurde ganz kurz mal streifen, wie das mit Abgabemodellen international aussieht und habe Ihnen erste Ergebnisse mitgebracht, welche Effekte die Legalisierung in Kanada und USA auf Jugendliche hat. Und ganz zum Schluss ein ganz kurzes Fazit. Das kennen Sie ja, glaube ich, alle. Das kann ich jetzt auch noch mal zitieren, vielleicht auch für die österreichischen und schweizerischen Kolleginnen oder die, die nicht so nah an der Politik sind. Also im Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung heißt das, wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsenen zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet. Das Gesetz evaluieren wir nach vier Jahren auf gesellschaftliche Auswirkungen. Also mich persönlich hat das überrascht. Ich hätte eher gedacht, die drei Ampel-Fraktionen verständigen sich auf einen Modellversuch. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ergangen ist. Ich war davon überrascht, dass da so weitgehende Äußerungen im Koalitionsvertrag sind. Und es wird ja hier in den Aussagen weiter überhaupt keine Vorfestlegung auf das Abgabemodell an sich getroffen. Da heißt es nur lizenzierte Geschäfte und für Erwachsene. Und wenn man sich dann mal im nächsten Schritt anguckt, ich habe mich mal bemüht, das ist jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit, welche Vorstellungen hinsichtlich des Abgabemodells bei den drei die Regierung tragenden Parteien oder Fraktionen vorherrschen, dann findet man relativ wenig. Also bei den Grünen ist das noch am meisten. Die meisten von Ihnen dürften schon mal vom Cannabiskontrollgesetz gehört haben, was das erste Mal 2015 oder 2018 die Grüne Bundestagsfraktion eingebracht hat. Da kann man schon relativ detaillierte Informationen entnehmen, wie die Grüne Bundestagsfraktion sich das vorstellt, dass also die Rede von lizenzierten Fachgeschäften mit Sozialkonzept inklusive Personalschulung, Frau Jüngling hat das aufgegriffen und auch erwähnt, eine Besitzmenge soll danach bis zu 30 Gramm Cannabis möglich sein, auch einen Eigenanbau. Dazu findet sich in der eben zitierten Koalitionsvereinbarung nichts bis zu drei Pflanzen. Es soll Warenhinweise auf Verpackung geben, kein Versandhandel und ein weitgehendes Werbeverbot. Und von der FDP findet man zumindest auch in einem Antrag, der glaube ich im letzten Jahr in den Bundestag in der letzten Wahlperiode eingebracht worden ist, auch noch einige Äußerungen, wie die FDP sich so ein Abgabemodell vorstellen. Denn die FDP bringt auch Apotheken ins Spiel neben lizenzierten Fachgeschäften. Die Besitzmenge soll dann nur in Anführungszeichen 15 Gramm statt 30 wie bei den Grünen betragen. Dann soll es eine Festlegung des maximalen Gehalts von THC, das ist ja der berauschende Stoff im Cannabis, auf wissenschaftlicher Grundlage erfolgen. Und da ist auch vom Ausbau der Cannabisprävention die Regel. Von der SPD-Bundestatsfraktion habe ich gar nichts gefunden. Also ich wollte einfach noch mal sagen, dass das ein ganz langer Weg sein wird. Also überhaupt schon, dass diese drei Bundestatsfraktionen, das Gesundheitsministerium von Herrn Lauterbach ist da federführend, überhaupt so ein Abgabemodell zu entwickeln. Und als zweites möchte ich sagen, dass wir bei dieser ganzen Diskussion nicht vergessen dürfen, dass BTM ist zustimmungspflichtig vom Bundesrat. Und im Bundesrat gibt es nicht annähernd im Moment politische Verhältnisse, die sozusagen die Legalisierung einfach so durchwinken würden. Man braucht, das ist der Stand, das ist jetzt noch ohne Saarland, das ist kurz vor Weihnachten. Man braucht dort im Bundesrat, um so eine Gesetzesinitiative des Bundestages dann auch zuzustimmen, 35 Stimmen. Im Moment haben, wenn man auch Saarland da noch inkludiert, haben die also die Regierung, die ausschließlich aus Ampelparteien beziehungsweise auch die Linken, davon gehe ich mal aus, dass dort, wo die Linken an der Regierung sind, wie in Berlin und Thüringen, dass die dem auch zustimmen würden, kommt man auf 24 Stimmen. So, wir haben noch drei Landtagswahlen dieses Jahr. Also man erreicht diese 35 nur, wenn es veränderte politische Verhältnisse, sowohl in NRW als auch Niedersachsen gibt. Das muss man, das kommt mir viel zu kurz in dieser ganzen öffentlichen Diskussion. Das wird immer schon so getan, als ob die Legalisierung kurz verhaustürt steht. Und deshalb, dass ein ganz langer Weg zu einem Abgabemodell werden. Erstens muss ich überhaupt die Ampelkoalition erst mal verständigen, auf Eckpfeiler eines Abgabemodells. Dann brauchen die auch eine Zustimmung durch den Bundesrat. Da wird dann in der Regel auch noch in den entsprechenden Prochüssen verhandelt. Und dann muss das Ganze noch auf Landesebene oder kommunaler Ebene umgesetzt werden. Und das wäre also meine erste Botschaft für heute. Wir können uns alle Zeit lassen mit dieser Diskussion. Und das in Ruhe diskutieren, wie man evidenzbasiert so und unter Berücksichtigung des Jugendschutzes und einer möglichst guten Prävention so ein Abgabemodell strukturiert. Dafür können wir uns Zeit lassen. Das Zweite, das sind jetzt prinzipielle Überlegungen. Das ist so eine Matrix, die ich auch immer gerne mal zeige, was alles so tendenziell an Cannabis-bezogenen Präventionsmaßnahmen möglich ist. Man unterscheidet ja in der Suchtprävention zwischen Verhalten und Verhältnisprävention, also strukturelle und verhaltensbezogene Prävention. Prävention einerseits und andererseits gibt es ja diese Unterscheidung zwischen universell, selektiv, indiziert. Also universell sind Maßnahmen, die sich an alle, an die Gesamtbevölkerung richten. Selektiv sind spezielle Zielgruppen oder potenzielle Risikogruppen. Und indizierte Maßnahmen richten sich an diejenigen, die schon Probleme haben, aber noch kein abhängiges Verhalten. Und dann sehen Sie links, habe ich mal, was man international oder auch aus der Alkohol- und Tabakprävention, so kennt potenzielle Maßnahmen, mal beschrieben unter Kreuze gesetzt. Da kann man sicherlich auch drüber streiten. Da will ich im Einzelnen jetzt nicht eingehen. Aber man weiß aus der Alkohol- und Tabakprävention, dass ein intelligentes Zusammenwirken von Verhaltens- und verhältnispräventiven Maßnahmen die besten Effekte hat. Also dadurch entstehen dann am wenigsten Probleme und Sucht und auch andere Folgeprobleme. Und das ist auch, denke ich, diese internationalen Befunde zu berücksichtigen, wenn wir zusammen Cannabis-bezogene Präventionsmaßnahmen kreieren. Und die Verhältnisprävention spielt dabei eine große Rolle. Und ich habe nur mal exemplarisch, deshalb sind hier zwei Dinge gemacht. Mal eine verhältnispräventive Maßnahme und eine verhaltenspräventive Maßnahme gezeigt, wie differenziert das dann so sein kann. Also es wird mit Sicherheit um risikoärmere Produkte gehen, wenn man von einer vernünftigen Verhältnisprävention in dem Bereich spricht. Wir müssen reden über eine Begrenzung des THC-Gehaltes. In der Schweiz laufen jetzt Modellversuche an. Da wird es eine Begrenzung geben. In Uruguay sind das, glaube ich, bei Blüten 15 Prozent. Also sowas gibt es auch international, weil das ist der berauschende Stoff. Das ist so ähnlich, als wenn wir Promille über Promille oder Alkohol oder über Prozente in Alkohol sprechen. Da weiß man auch, dass alkoholische Getränke an sich ein unterschiedliches Risikopotenzial haben. Es geht auch darum, um ein vorgeschriebenes Mindestverhältnis zwischen THC und CBD. CBD ist das, was sediert, also eher beruhigt. Es geht um Produktinformationen. Es geht um kindersichere Verpackungen. Und natürlich auch um die Qualität. Sie wissen, der Stoff jetzt auf den Märkten ist gestreckt und verunreinigt und so weiter in der Schweiz in dem Modellversuchen gibt es den Standard nur Bio-Qualität. Also sowas, wenn wir über Gesundheit und Prävention sprechen, müssen wir auch sprechen. Und eine verhältnis- oder verhaltenspräventive Geschichte auch das hat Frau Jüngling vorher gesagt, kontrollierter Konsum, möglichst risikoungefährlich. Es gibt in Kanada entwickelt auch schon solche Tipps, solche Guidelines zum möglichst risikoarmem Konsumieren von Cannabis. Ich will das jetzt nicht alles vorlesen, aber da steht unter anderem drin, dass die Produkte möglichst geringen THC-Gehalt haben sollen. Das sehen Sie in der Ziffer 2 oder dass entsprechend auch ein entsprechendes Verhältnis zwischen THC und CBD herzustellen ist. Und auch das Rauchen, also der Joint mit Tabak sollte möglichst vermieden werden sollen, sondern es sollte verdampft werden. Also das ist einfach auch eine Chance, die Konsumenten dann, wenn ich das kontrollierte, wenn ich das kontrolliert mache, entsprechende Abgabemodelle haben zu switchen, vom Rauchen zum Verdampfen. Das ist mein zweiter Empfuss. Dann wollte ich Ihnen etwas über Abgabemodelle international sagen. Das ist eine relativ aktuelle Karte der Vereinigten Staaten. Also die dunkelgrün gemarkten US-Bundesstaaten sind die, wo es in den letzten Jahren, seit 2012, Colorado war der erste Staat, zu einer Legalisierung gekommen ist. Meistens über Volksentscheide, teilweise aber auch über die Parlamente. Das sind insgesamt 15 und dann gibt es diesen Sonderfall mit Washington DC. Da ist das nach wie vor verboten, aber der Konsum erlaubt. Also das ist sozusagen eine Entkriminalisierung. Und man findet in diesen US-Bundesstaaten auch häufig unterschiedliche Regelungen. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, es gibt eine ganz gute internationale Zusammenfassung aus dem Jahr 2019, dass man ihn darzustellen, Abgaberegelung in den US-Bundesstaaten. Und in Kanada ist das ja seit 2018 auch legalisiert. Neben Uruguay sind das die einzigen beiden Staaten, wo das komplett legalisiert ist. Kanada ist ja auch ein föderativer Staat. Da gibt es bundeseinheitliche Regeln, aber immer wieder föderative Besonderheiten. Und ich habe Ihnen das mal zusammengeschrieben für die Diskussion dann auch. In den US-Bundesstaaten liegt die Altersgrenze bei 21 Jahren. Das ist analog Alkohol. In den Staaten darf erst ab 21 Jahren alkoholische Getränke konsumiert werden. Und eine entsprechende Regelung hat man dann auch in Bezug auf Cannabisprodukte gewählt. In Kanada sind das 19 Jahre. Die Besitzmenge beträgt, das ist immer berechnet an der Unze. Das ist ja die Maßeinheit. Deshalb wundern Sie sich nicht über solche Mengenangaben wie 28 Gramm. Aber das ist die Berechnungsgrundlage in der Regel. Es gibt da auch Sonderfälle, zeige ich Ihnen gleich nochmal, sind das 28 Gramm. Cannabis als Besitzmenge definiert nicht als Abgabemenge. Da muss man unterscheiden. Das ist auch eine interessante Diskussion dann auch für Sie, ob man Abgabemengen vorschreibt oder eher Besitzmengen oder beides. In Kanada sind das 30 Gramm. Konsumiert werden darf in der Regel nur zu Hause, in privaten Räumen oder im Garten. Sowohl in diesen 15 US-Bundesstaaten als auch in Kanada ist der Eigenanbau erlaubt. Das ist ja in Deutschland eine offene Frage. In Kanada sind das vier Pflanzen. In den meisten US-Bundesstaaten sind das sechs. Aber es gibt da auch ein paar Ausnahmen. Und hinsichtlich der Verkaufsstätten, auch darüber müssen wir uns ja unterhalten. In Deutschland sind das privat lizenzierte Geschäfte. In Kanada sind das teilweise auch staatliche, teilweise gibt es auch Hybride. Also das sind private und staatliche, machen das zusammen. Und in Kanada ist auch der Online-Verkauf erlaubt. Auch das ist eine offene Frage in Deutschland. Und ich habe Ihnen hier noch mal ganz kurz eben auch noch mal so ein paar Ausnahmen mitgebracht. Das ist also teilweise sehr vielfältig. Sie sehen dann in Maine sind das dann plötzlich 71 Gramm Besitzmenge. Das ist auch wieder eine schräge Zahl, aber ist, glaube ich, eine Unze mal 2,5 berechnet. Und in Alberta und Ontario gibt es dann die Möglichkeit, auch in den Tabakrauchzonen, also auch öffentlich an Bahnhöfen und so weiter, auch Cannabis zu rauchen. Also man findet neben relativ einheitlichen Regelungen dann auch immer wieder föderale Abweichungen. Und das ist ja auch noch eine Diskussion in Deutschland, inwiefern es dann föderale Besonderheiten gibt. Ganz kurz noch zu Uruguay. Wir haben das ja 2013 legalisiert. Das hat Jahre gedauert, also in Bezug auf die Umsetzung. Ich finde das Modell nicht uninteressant. Es gibt, das steht im Prinzip auf drei Säulen. Einmal gibt es die Möglichkeit, in Apotheken Cannabis zu erwerben. Dann gibt es die Möglichkeit, sogenannte Cannabis-Zug zu gründen und da zusammen anzubauen und zu konsumieren. Und dann sind auch bis zu sechs Pflanzen Eigenanbau zulässig. Und in Uruguay, das finde ich jetzt suchtpräventionspolitisch sehr interessant, ging die Legalisierung von Cannabis einher mit Restriktionen beim Alkohol. Also da haben sie gleichzeitig extreme Werbebeschränkungen in Bezug auf Alkohol gemacht, um da sozusagen gleiche Standards zu haben. Und das finde ich sucht- und drohpolitisch einen sehr, sehr interessanten Standard. Dann nochmal ganz kurz, also was vielleicht die Fachkräfte interessiert. Es gibt dann auch überall große, das ist föderal sehr, sehr unterschiedlich große Seiten, wo man sich informieren kann über Kampagnen, über Konsumtipps und so weiter. Das ist hier aus Colorado, das ist auch aus Oregon, lohnt sich das mal zu gucken, wenn wir in Deutschland mal so weit sein sollten. Und es gibt dann auch solche Kampagnen. Ich wollte Ihnen das nochmal ausschnittsweise zeigen, wenn Sie da mal auf Englisch ein bisschen rumgoogeln, dann finden Sie massenhaft. Also es ist wirklich, das ist auch gerade dieser Bereich mit öffentlichen Kampagnen und Konsumtipps und so, das ist eben von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Da gibt es auch kaum einheitliche Vorgaben. Dann habe ich Sie besonders interessiert, was mitgebracht an Studien zu den Effekten auf Jugendliche. Man weiß da noch relativ wenig. So etwas zeigt sich ja auch oft im Langzeitverlauf. Deshalb kann das nur eine Momentaufnahme sein. Und zuerst betrachten wir uns mal hier die Konsumprävalenzen für Erwachsene aus den USA. Und dann sehen Sie, auch das ist jetzt keine Überraschung. Das war zu erwarten, dass bei den Erwachsenen die Prävalenzen leicht hochgehen. Cannabiskonsum letzter Monat sehen Sie gut 5 Prozent vor. Und das sind 7, 8 Prozent nach der Legalisierung. Räufiger Konsum ist fast leicht geblieben vor und nach der Legalisierung. Also bei dem intensiveren Konsum hat sich kaum was getan. Aber das prognostiziere ich auch mal für Deutschland. Wenn wir eine kontrollierte Abgabe haben, werden bei den Erwachsenen die Prävalenzen steigen. Weil ganz viele das auch ältere Leute einfach mal ausprobieren wollen. Und bei den Jugendlichen ist das aber anders. Es gibt ein Langzeitmonitoring. Das sehen Sie, das begann hier schon 1991. Das bezieht sich immer auf alle US-Bundesstaaten. Und Sie müssen, wenn Sie diese Ergebnisse sehen, berücksichtigen, dass wir in 15 von 50 Staaten das legalisiert haben. Also ungefähr im knappen Drittel. Aber trotzdem werden immer alle Jugendlichen betrachtet, weil die da ja auch mal hinfahren. Und die werden dann gefragt. Die kommen dann mal nach Colorado aus, am Start, wo das verboten ist. Deshalb hat das auch eine gewisse Sinnhaftigkeit, insgesamt die US-amerikanischen Jugendlichen zu betrachten. Und dann sehen Sie, ab 12 fing das in Colorado an. Und dann sehen Sie, dass das im Großen und Ganzen erst mal gleich geblieben ist. Kein Anstieg bei Jugendlichen. Und seit 2020, das ist mit Sicherheit auch ein Effekt der Pandemie, der Lockdowns und so weiter, geht das runter. Aber es ist nicht angestiegen bei den Jugendlichen. Und in Kanada sehen Sie nämlich so etwas Ähnliches. Das sind hier noch mal die Erwachsenen. Die Älteren, da sehen Sie auch. Hier in Kanada auch zu erwarten, dass die Konsumprävalenzen nach der Legalisierung gestiegen sind. Aber bei den Jugendlichen geht das runter. Konsum letzte drei Monate, Jugendliche 15 bis 17 Jahre, vor der Legalisierung 20 Prozent. Und das hat sich halbiert auf 10. Also das sind so interessante Effekte, das ist auch für die Diskussion. Also bei den Erwachsenen geht das so. Nicht der intensive Konsum, aber insgesamt ist auch zu erwarten. Und bei den Jugendlichen geht das runter. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass der Reiz des Verbotenen verloren geht. Vielleicht damit, dass sie wissen, dass sie ab 18 so und so das legal konsumieren dürfen. Dann ist einfach der Reiz weg. Also aufgrund dieser Ergebnisse in Nordamerika muss man keine Angst haben. Zumindest gibt es diese empirischen Hinweise nicht, dass dann massenhaft der Konsum unter Jugendlichen steigt. Schon jetzt sagen ja viele Jugendliche, dass sie sich Cannabis über illegale Quellen besorgen können. Und ganz zum Schluss ein ganz kurzes Fazit. Das ist auch eher dann für die Diskussion. Also ich habe Ihnen verschiedene Abgabe oder Elemente von Abgabemodellen gezeigt. Es gibt da ganz wenig wissenschaftliche Evidenz drüber. Also wie gut und wie schlecht jetzt einzelne Abgabemodelle funktionieren. Es gibt, weil ich da auch gerade so eine kleine Bestandsaufnahme mache, einzelne Studien zu Schulungen oder zu diesen Warnhinweisen. Aber sowas wie Best Praxis, dazu kann man bisher keine Aussage machen. Und ich bin Forscher und sage, deshalb muss sowas gefördert werden, um solche Erkenntnisse zu haben. Wir haben da keine Vorlage bisher aus den Abgabemodellen weltweit. Man sollte sich grob, das sagte ich ja, orientieren an den Erkenntnissen aus der Alkohol- und Tabakprävention und der intelligente Mischung aus verhaltens- und verhältnispräventiven Elementen wählen. Das hatte ich Ihnen ja gesagt genau. Und das Letzte ist eben eine offene Frage für die Diskussion. Dazu können wir uns alle ganz viel Zeit nehmen. Weil, wie gesagt, ich sehe nicht, dass wir in den nächsten zwei Jahren, sage ich mal, zu einer Legalisierung in Deutschland kommen. Wie könnte ein Abgabemodell für Deutschland aussehen, das den Jugendschutz und die Suchtprävention bestmöglichst berücksichtigt? Ja, und mit diesem Ausblick und dieser Frage, und ich glaube, ich bin einigermaßen Frau Sohn in der Zeit geblieben, bedanke ich mich ganz freundlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.